In den kommenden Stunden, da müssen wir immer mal wieder mit zum Teil kräftigen Schauern rechnen. Die Temperaturen sinken noch auf 15 bis 10 Grad. Morgen gibt es dann bis zum Nachmittag immer mal wieder Regen. Dann wird es allmählich trockener und auch sonniger bei maximal 18 Grad. NRW Verkehr A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Gefelsberg 2 Kilometer plus 12 Minuten. Dann nochmal die A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Unna und Kreuz Dortmund-Unna 1 Kilometer plus 5 Minuten. Die 2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Essen-Gladbeck und Dreieck-Bottrop hier 1 Kilometer plus 12 Minuten. Und noch die 3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Leverkusen-Opladen und Solingen 1 Kilometer plus 5 Minuten.